Ich bin begeistert und ich werde es auch nicht verwerben. Die haben einfach alles hier. Hey! Ich werde verklagt vom Mimmi-Schonker-Volk. Ach, gib nicht an. Ich hab ne Kardashian zum Lunch. Eine oder? Hier ist ein Preis für die beste Reality-Show. Meine absoluten Lieblingsärzte. Sie haben ein besonderes Talent. Muss ich wohl über ein Rückaberecht verhandeln. Orchester muss man feiern, wie sie fallen. Ich bitte euch. In der Tat, unbedingt. Danke sehr. Das ist meine Überzeugung, verflucht nochmal.